So, hier ist Manny C6o und hier ist Kallis C6o, damit der Kallis mal gut lachen kann. Da ist meine Freundin in die Liste. So, statt zu hochstehen, dann krieg ich schon James in die Hand. Oh, der wird das wahrscheinlich schon ganz locker sehen. Ach, ich teilnehme mit James alles. Meine Jagd, mein Auto, mein Haus, meine Welt. Mein kleine Erde. Und was ist heute der Thema? Heute, ich würde sagen, wir machen ein Geisterthema. Ich habe mal meine Freundin in meinem Zimmer. Das ist ein Satz.